In dieser kurzen Übersicht will ich zusammenfassen, welche Unterrichts- und Prüfungsinhalte für Mathe-Abi ab 2021 von Bedeutung sind. Dieses Video bezieht sich nur auf Mathematik als Basisfach bzw. Grundkurs und richtet sich vor allem an Schüler, die die Jahrgangsstufe 1 schon hinter sich haben und gerne einen Überblick über den gesamten Stoffinhalt hätten. Die Zusammenfassung für Mathe-Leistungskurs findet ihr im Abspann. Bevor wir mit der Zusammenfassung loslegen, will ich euch noch ein paar Hinweise geben, wie ich diese Informationen zusammengetragen habe bzw. wo ihr selbst noch weitere Informationen finden könntet. In erster Reihe. Die wichtigsten Informationen und Hinweise habe ich natürlich von der Webseite des Regierungspräzis in Baden-Württemberg zusammengesammelt aus dem sogenannten Bildungsplan. Das habe ich dann verglichen mit dem Stoffinhalt der am meisten benutzten Lehrbücher in der Oberstufe von Klett, Schröder, Oldenburg oder Cornelsam Verlag. Und natürlich findet man auch in den alten Bildungsplänen viele relevante Hinweise für den aktuellen Stoffinhalt. Und los geht's mit dem größten Themengebiet und zwar Analysis. Vergisst nicht, für den Fall, dass euch das Ganze zu schnell geht, ihr könnt jederzeit auf Pause drücken und in Ruhe die Stichpunkte durchlesen. Das erste große Thema bilden natürlich die Funktionen ihrer Graphen. Grundsätzlich musst ihr in der Oberstufe mit drei Funktionstypen umgehen können. Als erstes die ganzrationalen Funktionen, das sind diese x0 2, x0 3, x0 4 Funktionen, auch Polynomfunktionen genannt. Dann trigonometrische Funktionen, darunter versteht man natürlich die Sinus- und die Cosinusfunktionen. Und die Exponentialfunktionen. In der Hinsicht braucht ihr hauptsächlich nur die natürliche Exponentialfunktion, und zwar die i-Funktion. In Bezug auf diese Funktion musst du natürlich die Eigenschaften kennen, das heißt Strecken, Verschieben, Spiegeln. Dann musst du in der Lage sein, mit dieser Funktionstücken Gleichungen zu lösen, um zum Beispiel Schnittpunkte mit den Koordinatenaxen zu bestimmen. Dabei heißen die wichtigsten Ansätze beim Lösen von Gleichungen dieser Satz vom Nullprodukt und Substitutionen. Weitere Eigenschaften, wie Verhalten gegen Plus und Minus und Ähnlich und Symmetrie spielen natürlich auch eine Rolle. Und die schlimmsten Aufgaben sind vielleicht die, wo ihr vom Funktionsterm oder anhand des Funktionsterms ohne Hilfe des Taschenrechners ein Grafen zeichnen müsst, für jede dieser Funktionstypen. Oder umgekehrt, ihr habt die Kurve und ihr müsst anhand der Kurve ein Funktionsterm aufstellen. Ein weiteres großes Thema ist die Differenzialrechnung. Übersetzt heißt das, alles, was mit Ableiten zu tun hat. Natürlich müsst ihr neben den Grundregeln aus der 10. Klasse auch noch Ketten- und Produktregeln beherrschen. In diesem Zusammenhang lernt ihr dann, was eine Tangente bzw. Normale ist. Das grafische Ableiten oder die grafische Differenzation spielen natürlich auch noch eine wichtige Rolle, genauso wie Monotonie und Krümmung. Einer der wichtigsten Anwendungsgebiete der Ableitung ist natürlich die Bestimmung von Extrem- und Wendepunkten. Zur Erinnerung, unter Extrempunkte versteht man, wie rechtsabgebildet die Hoch- und die Tiefpunkte eine Funktion. Und nicht vergessen, der Sattelpunkt ist auch ein besonderer Wendepunkt. Außerdem kann man mit Hilfe von Randbedienungen auch ganzpersonale Funktionen bestimmen. Die Randbedienungen sind genau die Eigenschaften, die wir gerade erwähnt haben. Und natürlich müsst ihr auch verstehen, was die Ableitungen im Sachzusammenhang bedeuten. Übersetzt heißt das anwendungsorientierte Aufgaben lösen. Und natürlich spielt bei dieser Art von Aufgaben das Verständnis für die momentane Änderungsrate eine sehr wichtige Rolle. Unser letztes großes Thema im Bereich Analysis heißt natürlich Integralrichtung. Hier müsst ihr in erster Reihe in der Lage sein, Stammfunktionen zu bilden. Neben den Grundregeln wie Potenzfaktor und Summregeln, müsst ihr natürlich auch noch die lineare Substitution beherrschen. Zur Erinnerung, das war die Regel, mit der man verkehrte Funktionen aufleiten konnte. Außerdem gibt es auch noch den sogenannten Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Das ist ja die Formel, in der man Integrale lösen kann. Aber auch die grafische Bedeutung von Stammfunktionen spielt hier eine wichtige Rolle. Einer der interessanteren Anwendungsgebiete des Integrals ist natürlich die Flächenberechnung. So wie rechts abgebildet, wenn man die Fläche zwischen den Funktionen der x-Achse bestimmen möchte, dann kann man natürlich dafür das Integral nutzen. Und natürlich fehlen auch hier nicht die anwendungsorientierten Aufgaben. Da geht es vor allem darum, Funktionen und Bestände zu rekonstruieren, mit Hilfe der Änderungsrate. Unser zweiter Themengebiet heißt natürlich analytische oder Vektorgeometrie. Hier müsst ihr in erster Reihe mit geraden Ebenen klarkommen. Neben den Grundlagen aus der 10. Klasse wie Linearkombinationen, Länge eines Vektors sowie die gegenseitige Lage von zwei Geraden, müsst ihr auch noch wissen, was Skalar und Vektor oder Kreuzprodukt sind. Außerdem spielen natürlich die Ebenen im Raum eine große Rolle, vor allem die Parameter und Koordinatenform. Dabei müsst ihr auch in der Lage sein, umzuformen, und zwar mit Hilfe des Vektorprodukts von Parameter in Koordinatenform und auch eine Ebene in ein Koordinatsystem zu veranschaulichen, mit Hilfe von Spurpunkten bzw. Spurgeraden. Außerdem spielt die gegenseitige Lage von geraden Ebenen sowie die gegenseitige Lage von zwei Ebenen ebenfalls eine richtige Rolle. Den zweiten Abschnitt bilden dabei Abstands- und Winkelberechnung. Also, das einzige Abstandsproblem, was ihr kennen müsst, ist das Abstand eines Punktes von einer Ebene. Dabei gibt es natürlich Lösungswege über den Lotfußpunkt oder mit der hessischen normalen Form. Das ist die Formel. Außerdem gibt es noch die Winkelberechnung. Da unterscheiden wir einmal zwischen der allgemeinen Winkelberechnung, also Winkel zwischen zwei Vektoren, und die drei Fälle für die Schnittwinkel, damit meine ich Winkel zwischen Gerade und Gerade, Ebene und Ebene und Gerade und Ebene. Spiegelung und Symmetrie sind auch wichtig, vor allem die zwei Fälle, die ich hier angedeutet habe, Punkt-Punktspiegelung und Punkt-Ebene-Spiegelung. Einer der letzten Themen ist dann die Flächen- und Volumenberechnung mit Hilfe des Vektorprodukts. Als dritter und letzter Punkt an dieser Stelle habe ich mich für die lineare Gleissysteme entschieden. Dieser Thema oder dieser Themengebiet hätte ich natürlich auch im Analysesbereich eingliedern können. Das spielt keine Rolle. Es geht vor allem darum, mit Hilfe dieses Chaos-Verfahrens lineare Gleissysteme zu lösen und in die Stufenform zu bringen, so wie rechts abgebildet. Dann geht es natürlich auch noch um die Lösbarkeit lineare Gleissysteme. An dieser Stelle muss ich dazu sagen, nur ohne Parameter. Mit Parameter wäre nur ein Fall für den Leistungskurs. Und um die Bestimmung ganz stationarer Funktionen mit Hilfe von Rahmenbedienungen. Das haben wir schon mal im Analysesbereich erwähnt. Unser letztes Thema heißt natürlich Stochastik oder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Hier müsst ihr in erster Reihe mit den Grundlagen aus der 10. Klasse klarkommen, wie Baumdiagramme, Fahrtregel und Gegenereignis. Erwartungswert von Glücksspielen spielen natürlich auch eine wichtige Rolle. Genauso wie Vielfalt der Tafel, bedingte Wahrscheinlichkeit und in dem Zusammenhang vielleicht auch noch die Unabhängigkeit beziehungsweise Abhängigkeit von Ereignissen. Binomialverteilung und die Bernoulli-Formel sind natürlich einer der Hauptthemen sowie Erwartungswert, in diesem Fall in Bezug auf die Binomialverteilung und Histogramme. Zur Erinnerung, die Histogramme, wie rechts abgebildet, sind diese Balkendiagramme mit Hilfe, dessen man Binomialverteilung darstellen kann. Und noch die Problemlösung mit der Binomialverteilung. Dabei handelt es sich um eine dieser nicht so schönen Aufgaben, wo man eine dieser Parameter NP oder K bestimmen muss. Bei der letzten Punkt handelt es sich um ein neues Thema, was erst ab 2021 als Prüfungsstoff gilt. Es handelt sich natürlich um die Normalverteilung. Dabei musst du in der Lage sein, zwischen Binomial und normalverteilte Zufallsvariablen zu unterscheiden. Im Rahmen der Normalverteilung dann die Zusammenhänge zwischen Erwartungswert, Standardabweichung und der Glockenkurve, wie unten abgebildet, interpretieren. Und natürlich anwendungsorientierte Aufgaben mit Normalverteilung lösen. Ich hoffe, dass dieses Video den einen oder anderen Schüler ein bisschen weiterhelfen konnte. Und wenn Bedarf, findet ihr gleich im Abspann Playlist mit Beispielaufgaben zu allen angesprochenen Themen. in den nächsten Mal. in den nächsten Mal. in der nächsten Mal. In den nächsten Mal.